ich lege unten, ich halte das aus. Dann liege ich in der Mitte. Du musst ja auch so. So muss das auch sein, ihr könnt ja auch Spaß miteinander haben. Seid mal ein bisschen flexibel. Ich habe irgendeine Penetration. Nee, da muss ich dehnen, muss ich mich vorher dehnen, das ist so anstrengend, das schaffe ich nicht. Warum du liegst doch oben, du musst doch gar nichts machen. Nee, wenn ich flexibel sein soll. Nein, wenn ich flexibel sein soll, muss ich mich vorher dehnen. Ich will gar nicht wissen, was du dann dehnen musst. Wahrsager, Geister fühlen sich heute neutral. Oh Mann ey. Jetzt wahrscheinlich sieht man mich jetzt auch noch im Internet, wenn ich diesen Scheiß rede. Natürlich, jetzt wird es viral. Was steht viral? Du nicht, das ist irgendein Stream-Highlight, was sonst vorauskommt, aber du davon natürlich nicht. Es geht das vital viral. Es ist irgendwie Twitch-Skandal diese Woche, ist dann am Sonntag. Ich habe Lauch. Ich werde dann vermutlich in irgendeinem Video verwursten. Ich brauche eine Pastinake, ist immer noch keine. Dann hol dir doch mal Pastinake-Sachen und bau welche an, wenn wir hier keine mehr kriegen. Na gut. An der Laden hat er noch nicht offen, ich gieße erst mal mit. Das wäre super. Hat der liebe Felix überhaupt schon jemals gegossen, seit er hier ist? Ja. Ich habe dich noch nicht gießen sehen. Ich habe dich noch nie gießen sehen. Eigentlich machen wir das immer Ben und ich. Der hat sich abends immer hingestellt und draufgepultert. Wenn ihr das sowieso eigentlich macht, dann brauche ich das ja nicht machen. Du kannst ja ein bisschen Energie sparen. Hat jemand nach dem Glück geguckt? Ja, neutral. Habe ich gerade geguckt. Das ist sehr blöd. Aber ihr hört mir einmal nicht zu, wenn ihr irgendwo mal schiegt. Es ist einfach zu viel Chaos und ich war sehr damit beschäftigt, dass ihr alle mal im Bett wart. Ja, du hast generell beschäftigt, das stimmt. Lass mal Müll durchsuchen. Übrigens Löwenzahn brauchen wir auch nicht Lauch. Immer noch. Ja. Weil ich kann nicht mehr verlieren, seine eigene Aufgabe. Ich habe eine Rasse im Müll gefunden. Sprich, kann man dir auch mehrfach abschließen ins Gemeindezentrum? Okay, diese rote Kiste triggert mich. Da kommen Sachen... Ja, aber die steht weiter links, als das Haus breit ist. Das geht nicht. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, das ist irgendwie scheiße. Man macht vielleicht eine zweite Reihe oder irgendwas anderes. Ne, mach doch einfach eine rechts. Ja, das wollte ich jetzt auch vorschlagen. So, ja und wir sind noch sehr human. Ich glaube, andere Streams sind viel sexueller und viel schlimmer. Glaube ich nicht. Da zeigen die Leute ihre Brüste. Ich mach's nicht. Ihr könntet ja mal eine Schwanzcam einführen. Dann gucken vielleicht mehr Mädchen zu. In meinen Schritt einfach. Ach, das sieht irgendwie... Hat eine nach Ziffer. Funktioniert, glaube ich nicht. Wenn jemand eine nach Ziffer haben. Nee. Ich habe übrigens noch nie einen Löwenzahn irgendwo gefunden, Alter. Ich habe schon Löwenzahne, Löwenzähne gefunden. Das ist die ganze Zeit für Löwenzahn. Irgendwie fehlt auch noch unser Tier. Unser Tierchen ist noch nicht da. Ist dann für Tierchen. Und du kriegst eigentlich... Wir haben eine Katze. Ja, also nee, aber ich habe sie noch nicht gesehen. Aber die müsste eigentlich irgendwann mal auftauchen, oder? Nee, deswegen... Marni kommt zu dir und sagt, hier, du ist einem zugelaufen und so. Normalerweise. Ach so, nee. Und dann kannst du es auch benennen. Warte mal, das war eine Narzisse? Ich habe damals eine Katze genommen. Warum? Ich habe auch eine Katze. Das sind alle komisch. Katzenmenschen sind komische Menschen. Was will ich mit Hunden? Da muss ja die Scheiße von dem Vieh wegkommen. Tatsächlich gibt es die Theorie, dass Leute, die Katzen lieber mögen, selber eher die loyalen Leute sind oder die Hunde lieber mögen. Sozusagen die Arschlöcher, die jemanden brauchen, der loyal zu ihnen ist. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Weil du kannst halt nicht zwei Arschlöcher zusammenstecken, weil die kommen halt hier noch nicht klar. Oh, ich wollte gerade Müll anklicken. In dem Moment kommt einer raus. Welches Level in der Mine haben wir denn schon? Leben am Limit. Null. War niemand in der Mine? Nee, weil ich die ganze Zeit immer, wenn ich auch zum Weg zur Mine bin, schon so viele Sachen gesammelt habe, dass ich wieder zurücklaufe. Und dann komme ich irgendwie nie an. Na gut. Aber dieses Mal schaffe ich es. Heute schaffe ich es. Ich bin schon in der Mine. Setzt dich durch. Ich gehe erstmal. Warum ist unser Geld schon wieder aus Null? Ich wollte gerade Geoden ausmachen lassen. Das ist jetzt nichts mit Geoden. Ich habe Lauch gekauft. Äh, Pastinaken gekauft. Du mit deinen Pastinaken. Ja, ich muss die Quest noch fertig machen. Hast du sie schon abgeschlossen? Welche Quests? Ich achte nie darauf, ich spiele, um Spaß zu haben, neben Quests abzuspielen. Wer gibt es bei Gold für? Es soll Menschen geben, denen machen Quests Spaß. Und ohne unser Gold von den Quests könntest du gar nichts anbauen, mein Lieber. Ich baue ja nichts an. Das macht ihr ja. Was machst du denn, Brüder, den ganzen Tag? Nichts anbauen anscheinend. Chillen und kiffen. Im Müllgraben. Im Müllgraben. Im Müllgraben. Im Müllgraben. Super. Das ist tatsächlich, was er jeden Tag macht im Müllgraben von den anderen Leuten. Mir bleibt viel. Das ist der Hauptgrund, dieses Spiel zu spielen, dass man endlich mal in Ruhe im Müll graben kann. Ohne, dass jemand irgendwas dagegen hat. Ja. Dabei haben wir sogar was dagegen. Vielleicht solltest du auch mal Containern oder so. Du würdest dich dafür perfekt eignen. Was? Containern? Achso, du meinst für Big Brother. Ich kriege eh ins neue Netto-Wall. Nein, nein, nein. Ich meine wirklich Containern. Was ist Containern? Du weißt nicht, was Containern ist? Nein. Die die Container vom Supermarkt hinten aufmachen und gucken, ob da was aufbauen ist. Ja. Ich habe nie den Begriff gehört. Hä? Tatsächlich. Ich nicht? Tja Penny, du bist halt, du lebst halt hinter dem Mond. Ich bin zu elitär dafür. Ja, wahrscheinlich. Das wird es sein. Wo geht es hier runter? Felix ist der ruhige Farmer. Der farmt nämlich überhaupt nicht. Der wühlt den Mülltonnen. Ey, komm, ich habe Müll gefunden. Oh, wow, in der Mülltonne? Echt, du hast Müll in der Mülltonne gefunden? Ich bin aber eindeutig ich der ruhige Farmer. Also ein Fisch. Ich komme nicht so weit, dummerweise. 20 Kupfererz. Wer von euch hat den Kupfererz schon gefunden? Ich habe 13. Sehr gut. Gebt ihn mal auf. Wir haben auch schon 10. Wir haben schon über 20 insgesamt. Hallo, da bin ich gerade raus. Echt? Bist du schon auf Level 5 gekommen? Nein. Ich habe aber keine Energie mehr. Dadurch, dass ich einen Geoden geknackt habe, habe ich Kupferohr drin gefunden. Aka Kupfererz. Haben wir jetzt eigentlich den Blöden Löwenzahn? Nein. Ich habe keine gefunden. Ich habe zwei Narzissen gefunden. Sammler wäre ja eher ich. Wobei ich bin ein Horter, ich bin kein Sammler. Bist ein Messie. Nee, du organisierst zu viel, du bist kein Messie. Ich habe euch jetzt extra... Ich habe... Vergiss das einfach. Ach, vergiss das einfach. Ich habe euch extra alles gegeben. Ja, das wollte ich sagen. Und ich werde trotzdem gedisst. Ich finde das nicht. Du hast vorhin gesagt, du findest es gut, dass ich immer dis. Ich finde es gut, dass du keine Ausnahme zwischen Frauen, also dass du keinen Unterschied machst, dass du Männer dis oder Frauen... Aber ich finde es fies, dass du mich überhaupt dis. Also eigentlich wäre es richtig schön, wenn du gar keinen dissen würdest, weder Männer noch Frauen. Aber da bin ich mal gerne dis, ist es schön, dass es egal ist, was für ein Geschlecht ich habe. Oder so. Langsam kriege ich Hunger. Oh, naja. Ich habe noch eine Pilzpfanne draußen. Ich brauche mir nicht mehr. Wie, mich braucht man nicht mehr? Ich produziere gerade mal die Fische aus, wo wir so viele haben. Bei meinen Sachen habe ich echt viele Fische. Stimmt. Müllmann trifft es. Du bist der Müllmann ab jetzt. Okay. Habe ich da vorhin schon gesagt, aber mein Vorschlag wird natürlich wieder nicht angenommen. Nein, dich hören wir auch nicht. Das ist meins, lass das. Meins, meins, meins. Ich habe eine Quest für 20 Kupfererz, ist dir das klar? Das bringt uns 240 Gold. Meins. 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 Meins, 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 meins. So cool, ich habe eh mal Hartholz gefunden. Wieso ist ein Clint noch nicht zu mir gekommen? Ich habe doch Geoden gefunden. Muss ich eine Geode mit Tal behalten über eine Nacht? Der sagt doch, am nächsten Tag kommt er doch dann. Ja, aber der kam noch nicht, obwohl ich schon Geoden gefunden habe. Und ich kann deswegen auch noch das Ding ist noch nicht bauen und den Schmelzofen. Dann kriegt man ja nur von ihm. Da, nimm das. Ich suche inzwischen die Treppe. Das meine ich. Umstüglich. Das Problem. Behalte es einfach eine Geode im Moment. Mal sehen, was da auslöst. Da drüben ist die Treppe. Scheiße. Das ist fast keine Energie mehr. Macht mal Stufe 5, damit ich dann so weitermachen kann. Habe ich schon. Ja, schön. Macht mal Stufe 10, damit ich dann so weitermachen kann. Gibt es dich auch mit nichts Zufrieden? Macht mal Stufe 15, damit ich dann so weitermachen kann. Ich gehe jetzt erst mal wieder hoch und hast du das Kupfer eingelagert? Ich habe das Kupfer eingelagert, ja. Sehr schön. Wenn man das Einzelne ausnimmt aus der Truhe, dann zählt das jetzt, ob man es selbstständig gesammelt hätte und ich kann es bei Clint abgeben. Ja, ich habe ja auch die Clint 25 Kupfererz. Wie viel haben wir? Ich glaube 23. Scheiße. Wir brauchen 25. Hast du nicht noch welche gehabt jetzt? Bist du also noch durchgegangen durch die Mina? Ich habe genau eine. Ich dachte, du hättest mehr gefunden. 13 hatte ich und wir hatten vorher 10. Nee, Felix hat noch. Felix hat noch, dann komm mal in die Base. Back to Bist du? Drop the Base. Ist klar, wenn... Nicht? Ist es hervor deiner Musik? Ja, das sind zu langsam gewesen. Ich habe heute noch gehört. Sorry. War zu langsam. Das ist jetzt aber noch langsamer. ja und vor allem viel viel älter ja ich irgendwo muten das kann sich ja kein mensch anhören den discord kannst du uns bieten ja man kann jetzt stell dir vor du bist vier stunden mit uns in einem auto eingeschlossen ja das ist aber nicht mehr eingeschlossen ich hause in diese tolle kiste ja rein ja 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 in die materie genau sehr gut auch ein ich will den kind noch treffen er ist doch jetzt in der schenke den kannst du locker treffen musst du nicht plus 25 nehmen und ihm bringen ist doch scheißegal ob das selber gesammelt hast du nicht du musst die einzelne ihm sonst zählt er das nicht ja selbst gesammelt die quest ist aber bloß es ihnen bringen soll es ist scheißegal das gesammelt hast du nicht ach so dann ist das später und er braucht doch nur 20 bei mir also ich sage nur meine quest auf 25 wenn ich würde das deine von 20 ich habe 260 gold ich will bekommen und du 240 das ist aber ich glaube dass dein ich kann ja dann 25 geben dann gibt es sie einfach zeigst du sie klent hält muss es nicht abgeben da willst du beruht achten und kriegst das dann wieder oder dann moment ich bin auf dem weg dann nehme ich die quest noch schnell an und dann brauche ich noch zwei stunden ich dachte ich muss die abgeben bei ihm das kann felix eigentlich auch machen wenn ihr wollt kommt man zur schmiede zum zum ich bin bei piers so hier 25 kopf erst bringt damit durch ein mikrofon gemütet aha ich bin auf dem weg zu ich bin schon in der kneipe hast du die 25 dabei ich habe sie eben doch gerade gezeigt müssen wir jetzt einzeln überhänden ja mein mikrofon gemütet haben wir gehört gesprochen felix kommt zum geht zum pier nimmt die quest an und dann kommt zur kneipe direkt auf oben drüber das war natürlich eine dumme idee da kann ich dir nicht irgendwie alle die direkt oben drüber außen haus raus das nächste haus oben drüber das dauert ja ewig deswegen sage ich doch eher zur base gehen sollen habe schon fünf hat auch nur eine halbe stunde gedauert das ist halt schenken ist das klasse schenken ist auch mit den npcs machst das dauert ewig lass mal zum ps gehen das dom hat jemand genug holz dabei eine kiste zu bauen die kurz hinstellen kann nein haben wir eine kiste an der base schützen und du trägst die kratten wolf es kann auch nur einer gleichzeitig machen können ja nicht beide gleichzeitig darum laufen weil ich genug erz haben einmal nicht 50 erz er macht es halt erst mal wenn und dann macht felix nicht schnell genug seit der auftrag gilt glaube ich auch bis morgen weil ich muss erst machen uns abzulegen der andrück ist der links daneben nicht recht ich laufe aber ich weiß nicht ob du überhaupt noch munter ist der macht doch nicht bis nach null oder das macht er wahrscheinlich nicht aber der auftrag gilt doch bestimmt auch bis morgen ja macht jetzt keine hektik ich leck mich jetzt hin hektik mektik wir haben 600 gold die man nicht für saad ausgegeben haben wir sind da kaputt ich habe quests abgeschlossen also einfach mal drauf geklickt und deswegen ist so viel geld noch ich habe noch ich sehe noch ich sehe noch raus 0 uhr geht er raus jetzt bin ich deprimiert 240 von dem habe ich das jetzt geschenkt was jetzt doch jetzt egal jetzt 1 geschenkt hat das dann kannst du dich was nicht mehr abschließen ich darf das nicht reden alle anderen quests sind du musst in der hand haben und mit ihm reden nur das nicht ja auch nur du schenkst das eben ja nicht also ich gehe jetzt ins wer liegt denn da schon wieder in mein bett das ist auch unglaublich oh man schlafen jetzt immer gemeinschaftlich alle meinem oder was nein ich habe jetzt zwei häuser für mich lass mich in ruhe oh schmolben es nervt mich sowas und immer in der hand haben und hier ist nicht klar warum ich das nicht in der hand haben darf sammeln stufe zwei ich kann jetzt bürger machen ja es hat nur jemand von uns fisch abgegeben ansonsten kein geld eingenommen heute ich habe ja aber es gibt kein geld ich habe ja auch schon mal geld